Herzlich Willkommen hereinspaziert, dir gibt's alles, was den Heimwerker interessiert. Wo der Farbe hängt, können wir dir sagen und die richtige Antwort auf Hasenleitung haben. Wie man Schrauben schraubt oder Fliesen fließt und gehemmt mit Hämmern hämmert oder Topfpflanzen gießt. Wie das geht und wo das steht. Und was man da mitmacht. Kriegst du ne Fack jinesisch beigebracht. Wie oberst weiß Tobi.